So, heute habe ich mir mal gedacht, ich werde das erste Mal einen Deathrun spielen. Und zwar habe ich vorhin so ein Video auf YouTube gesehen und habe irgendwie mega Bock bekommen, auch so einen Deathrun zu spielen. Und hier ist noch Daniela Shop. Ich habe auch einen Creator Code. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ihn hier eintragt, dann annehmen. Und ja, dann würde ich sagen, los, dann geht's in dem Video. So, ich habe mir jetzt so einen Deathrun hier ausgesucht. 2000 Level Default Deathrun. Ich habe keine Ahnung davon. Ich gehe einfach mal rein. Okay, willkommen zum 2000 Level Deathrun. Ja, hier geht's anscheinend lang. Woher sollte ich das auch wissen? Ich dachte, ich müsste jetzt irgendwo hinlaufen, bis es anfängt, aber. Okay, hier ist dann wahrscheinlich auch wieder eine Falle. Ja. So, was muss ich hier machen? Äh. Hä? Wo muss ich denn hin? Hä? Ich komme hier nicht mehr... Was ist das denn? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann nichts machen. Was ist das für ein Scheiß, Alter? Ich kann nichts machen. Ich kann irgendwo hinlaufen. Spiel beenden. So, ich habe mir jetzt ein YouTube-Video dazu angeschaut, wie man ins nächste Level kommt. Anscheinend hier. Ja. Okay. Good job, Arnie. Ach so, das war das erste Level von 2000? Was? Was? Ja, okay, easy. So, was muss ich hier machen? Na, okay, easy. Easy. So. Ja, okay. Ich glaube, es wird immer schwerer. Also, die waren jetzt eigentlich mega einfach. So. Okay, wie geht es weiter? Ah. Nein. So, komm, jetzt aber. Ey, es war so knapp, Alter. Nice. Siebtes Level. Hä? Ich konnte nicht springen. Also, als ob ich das nicht mal schaffe. Jetzt muss ich darüber. Okay, easy. So, achtes Level. Was ist das denn? Und. Und. Äh, tot. Komm jetzt. Und. Ja. So, nächstes Level. Äh. Okay, wie mache ich das mit der Falle? Einfach runter? Wow. So, Level 11. Was muss ich hier machen? Achso. Das war's. Und. Das wird, glaube ich, der schwerste Sprung. Hey, Mann. So, guck, ganz easy. Okay, ich glaube, ich muss einfach ein bisschen früher abspringen. Genau. Genau. So, Level 14. Was muss ich hier machen? Ah, okay. Das ist anscheinend so ein Labyrinth. So, Level 15. Nein, Mann. Alles wieder von vorne. Achso, nee. Das war schon Level 16. Ah, okay. Okay. Nice. Easy. Okay, das war mega einfach eigentlich. So, was muss ich hier machen? Das war's. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen gescheatet, aber egal. Was muss ich hier machen? Das war ja richtig schwer. Hey. Achso. Aber wie viel Mühe sich der gegeben hat, der das gemacht hat hier alles, Alter. Oh, das kann schwer werden. Oder auch nicht. Alter, das macht so Bock. So. Ich schaff den Sprung nicht Komm, töte mich Endlich Es hat mich runtergepackt Ey, maaaann Ich bin einfach zu dumm, um da abzuspringen Ja, Alter Ich schaff's da nicht raus Ich geh doch jetzt raus, Alter Hä? Ich geh Ich komm da nicht raus, Mann Es geht einfach nicht Ah, okay So, ich bin jetzt hier auf der dritten und auch letzten Map von diesem Deathrun Also das ist jetzt das 15005. Level Damit es auch mal ein bisschen schwerer wird So, komm Ja, okay Das ist eigentlich auch mega easy Das könnte etwas schwerer werden So, ja, nice Warum schaff' ich das nicht? Äh Halt So, komm Na, geht doch Es geht nicht, Mann Alter, bitte jetzt nicht wieder so ein Sprung Es geht nicht, Alter Nee, komm So, das war's So, das war's noch schon mit dem Video Ich spiel jetzt erstmal auf jeden Fall keine Deathruns mehr Vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen Greater Code Arena Finde ich vergessen Und ja, bis zum nächsten Mal Ciao So, das war's noch mit dem Video